Musik Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Hm, jetzt hört ihr mich. So meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zum... 17 Uhr Livestream? Was ist das? Ach, da steht einer mit Mofa vor der Tür. Danach klingt das. Okay, ja meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Ja, doch, umsetzt jetzt geladen, deswegen fange ich jetzt was früher an, bevor das wieder hier komplett schief geht. Und ja, warte, jetzt muss ich mir mal gerade hier irgendwie... Ach, so ein Mist hier. Okay, so. Jetzt höre ich nämlich wieder... Ah, das ist ganz komisch mit den Kopfhörern. So, okay. Ähm, ja. Eher ein frisiertes Mofa, ja. Ich weiß nicht, ob man das durchgehört hat. Aber, ähm, ja. Also, wir können jetzt auch noch 30 Sekunden warten oder anfangen. Ich wäre dafür, äh... Ja, wir fangen jetzt an. Hallo, du bist zu früh. Ja, dann bin ich halt zu früh, Mann. Dann fahre ich halt noch nicht los. Dann dachte ich jetzt halt. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, drei, eins... Hallo und herzlich willkommen zum 17 Uhr Livestream auf Jewelpiece TV Gaming. Ähm, ja. Euch ist es sehr wahrscheinlich schon aufgefallen. Ähm, alles wird sich ändern. Nein, wird es nicht. Und zwar, ähm, ja. Wir haben Namen geändert. Wo gucke ich hin? Ich gucke auf die Uhr, um mit euch zu sprechen. Das ist sehr clever, Felix. Äh, ja. Und zwar, äh, habe ich ja in der letzten, vorletzten OMSI-Folge gefragt, ob wir den Namen wechseln sollen. Und ihr habt gesagt, ja. Und, ähm, ja. Deswegen habe ich mich gestern Abend mal rangesetzt und alles geändert. Und, äh, ja. Probieren wir das mal. Also, OMSI. Oh, es ist nicht abgestürzt. Oh, ich habe jetzt schon gedacht. Okay. Machen wir uns mal die Fahrhilfen an. Sonst habe ich nämlich keine Ahnung. Wir sind immer noch auf All... Heim... Laurens... Bach... Berg... Laurensbach? Ich weiß es nicht. Äh, ich kenne mich sehr gut aus. Jetzt müsste auch... Ja, mein wunderschönes rotes Menü da oben funktioniert wieder. Okay, äh, ja. Ich begrüße euch alle heute. Und, äh, ja. Wir gucken mal. Ich glaube, die gehen die 23, ne? Ja. Hätte ich gerade fast den Verkehr mitgenommen. Laurensbach. Okay, gut. Dann hätten wir das auch für heute schon geklärt. Gut, dass wir heute aufgestanden sind. Äh, äh. Alter, heute machen von meinem Fenster alle irgendwas. Äh, klingt immer noch so billig. Die anderen brauchen mich mal nicht angesprochen fühlen. Ist nur meine Meinung. Ah, ja. Äh, äh. Ja, und Zahlen sind auch doof. Ja, ich finde Zahlen noch döfer. Deswegen habe ich mich dazu entschieden. So schlimm finde ich es eigentlich gar nicht. Okay. So. Guck mal, dass wir hier vorwärts kommen. Noch bist du gut drauf. Ja, zwei Stunden Omsi. Yay. Yay. Okay. Ähm. Es könnte auch sein, dass ich noch ein bisschen aufgedreht bin. Ich komme gerade frisch vom Sport. Deswegen, äh, ja. Bewegung. Yay. Abnehmen. Äh, äh. So. Guck mal, dass wir... Äh, bremst doch. Lass wir die hier mal, äh, reinlassen. Hallo. Den, 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 den. Die streichen schon wieder? Nein, die bin ich so noch nicht gefahren. Jetzt wollen hier wieder alle genannt werden. Das ist so billig, Leute. Da gibt es Webseiten im Internet für. Meine Güte, das müsst ihr nicht bei mir machen. Ähm. Jutti, wir haben immer noch 1,5, äh, Minuten Verspätung. Kepo 95, ja. Kepo immer vers... Immer erst an die eigene Nase fassen. Was? Hohelei. Hohelei. Äh. Okay. Sehr gut. Mir fällt jetzt auch erst auf, aufzunehmen. Scheiße. Egal. Muss ich nachher zusammenschneiden. Äh. Äh. Egal, wie laut du Bach hörst. Karl hört lauter Bach. Hm. Irgendwas, hm. Irgendwas schmeckt hier ganz böse nach. Fuck. Laurens, Laurensbach oder Dieselstraße. Hm. Überfrag mich doch nicht, du Sau. Pfff. Ich glaube, ich muss geradeaus. In Richtung Laurensbach, oder? Ich meine schon. Hm. Deren Hofmarkt. Ich weiß es nicht. Bäh. Scheiß Spiel. Ähm. Hm. Hm. Okay. So, immer der Nase nach. Sehr schön. Hm. Hm. Oh Gott. Okay. Hm. Es sind ja auch Tatsache welche da. Das ist ja wunderschön. Ich habe das ja auch gar nicht drei Stunden vorher angekündigt. Sehr, sehr gut. Geradeaus. Okay. Meine Lehrerin heißt auch Lauterbach. Oh Gott. 100. Dann fahr es doch auch mal, du scheiß Bus. Warum ruckelt das so? Ah, es geht. So, du musst links. Ja, jetzt ist er ein bisschen spät. Okay. Eleganter Spurwechsel. Was haben wir denn hier? Acht Kilometer Stau. Ah, super. Okay. It's a prank. Oh Gott. Halt die Schnauze. So. Oh Gott. Oh oh. Kennt ihr das, wenn Eltern schreiben? Dann müsst ihr antworten. Uh. Warte. Ich muss, ich muss meinen Eltern antworten, sonst. So. Sorry. Es tut mir leid, aber das ist, ja. Unumgänglich. So. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich begrüße alle im Chat. Das sind momentan so viele. Huh. Fährst du heute noch eine andere Map? Da ich die hier gerade erst angefangen habe. Nein. Aber ich werde noch nachher noch andere Routen fahren. Warum habe ich momentan wieder meine Aussetzer beim Sprechen? Hm. Selbst wenn sie dir keine Frage gestellt haben. Ja. Nein. Kein Kind dieser Welt würde freiwillig laufen. Doch. Ich kenne zwei, drei. Aber die fahren nicht Bus. Äh. Okay. Wie heißt die Map? Immer noch. Alheim-Laurenz-Bach. Hm. Nicht Berg. Bach. Hm. Habe ich hier lange für gebraucht. Okay. Mach die Ports hinten zu. Meine Fresse. Geht doch. Okay. Hm. Mach lieber mal die Ports vorne zu, Felix. Oh Gott. Hä. Ich muss mich erst noch finden. War das jetzt hohe Leih? Ja. Sehr gut. Gut. So. Kannst du als nächstes den O530G Facelift, wenn du den hast, fahren? Ich weiß nicht, ob der in der Map drin ist und alles. Deswegen muss ich ihn dann mal fürs nächste Mal installieren. So. So. Sehr schön. Es ist auch noch eine enge Kurve. Gut, dass ich so etwas so früh erkennen kann. Eigentlich wäre ich jetzt hier gerade ausgefahren. Pff. Äh. So. Sehr schön. Kennst du IAIA von YouTube? Ja. Und? Achievement Get. Gott. Irgendwas. Keine Ahnung. Mann, Englisch. Lass mich in Ruhe. Hatte ich heute. War langweilig. Oh. Ups. Oh, guck mal. Das schöne Parkett. Hallo. Hallo. Um sie... Ach. Meine Damen und Herren, wir entschuldigen. Wir bitten um Entschuldigungen für diese kleine technische Steuervoll-Kack-Programmen. Hast du Freitag-Heute-Show geguckt? Ich gucke immer Heute-Show. Oh. 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 Hey. Wir sind wieder da. Ah. Warum? Warum? Okay. Könntest du danach den Alheim-Express fahren? Alheim-Laurensbach-Express. Ah. Den habe ich schon mal gesehen. Ja. Muss ich nochmal ausprobieren. Die Sitzteksturen. Ja. Die sind einigermaßen... Die sind zu hoch. Das ist so blendend. So. Pff. Ah. Pff. Aua. So. Wo ist denn hier die Haltestelle? Will einer raus? Nein. Durchfahren. Woo. 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 Okay. Sehr schön. Ich glaube, ich bin mit 60 viel zu schnell. Wie lange geht der Stream? Meine Güte. Ist doch egal. Bleib doch einfach hier. Oh Gott. Wer hat das denn hier gebaut? Alter. Okay. quietsch, 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 quietsch. So. Wann holst du dir mal ein Lenkrad? Ich habe tatsache im Internet nach Lenkrädern geguckt. Problem ist, alle unter 50 Euro haben einen Einschlagwinkel von 90 Grad. Also 90 Grad in beide Richtungen. Das ist einfach nur kacke. Und diese Lenkräder von Logitech wurde volle 100 Dingens. 900 Grad Einschlagwinkel hast. Da bezahlst du mir 100 Euro für. Und da sehe ich das dann leider nicht ein. So. Jetzt muss ich mir mal ganz was in meinen Audioeinstellungen verändern. Sonst geht mir das jetzt die ganze Zeit auf die Palme. Moment. So. Und jetzt muss... Warte. 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 Ah ja. Okay. Das ist richtig. Das heißt, ich muss jetzt das Rechte etwas runter. Sehr schön. Jetzt höre ich mich auch auf beiden Ohren gleich. So. Und Tschüsschen. Okay. Aber mit Maus kann man eigentlich auch ganz gut um sie fahren. Das geht. Bergerfurt. Bergerfurt. Meisenstraße. Und Tschüss. Das ist ja ein geiles Orts-Ausgangsschild. Und Tschüss. So. Sehr gut. Finde ich gut. Muss ich hier halten? Bergerfurt. Warum ist das nicht auf der Map eingetragen? Okay. Gut. Maschendraht-Zellen. Maschendraht-Zellen in the evening. Ach ja. Das gute alte Maschendraht-Zellen. Es geht um einen Maschendraht-Zellen. Wer das nicht kennt, jetzt google Stefan Raab Maschendraht-Zellen. Jetzt. Alter, die Ampel hängt aber ganz schön niedrig. Oder kommt mir das nur so vor? Also ein LKW hätte hier, glaube ich, Probleme. Alter. Äh. AVG. AVG. Störungen. Ach nee, das war was anderes. Ups. Alter, wir haben momentan sau wenig Verzögerung im Stream. Das ist voll gut. Ich fange gerade erst an zu gucken. Okay. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Gefällt mir. Okay. Wer kennt schon ein 16 Jahre altes Lied? Das ist trotzdem gut. Das ist trotzdem gut. So. Maschendraht-Zellen in the evening. Ja, ich bin jetzt ruhig. Lierkampstraße. Will einer raus? Nein, durchfahren. Okay. Okay, links rum. Wilkes Mannplatz. So, Leute, bis wann geht der Stream, müsst ihr gar nicht erst fragen. Erstens werden euch das Leute im Stream, äh, sagen. Und die haben meistens damit recht. Und zweitens mache ich normalerweise so lange, wie ich Bock habe. Und das sind dann so, ähm, mal eine Stunde, mal fünf Stunden, Faktorio. Ähm, ja. Was macht ihr denn? What? Oh, ich hatte Roll. Äh, weg, weg, fahr. Hm. Okay. Wüsstet ihr jetzt schon, dass wir, dass wir mittlerweile 1.900 Abonnenten zusammengekratzt haben und, äh, auf die 2.000 zugehen und ich mir langsam was anfallen lassen muss für 2.000 Special? Ähm, äh, das ist, äh, ja. Okay. Dem, 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 dem. Kannst du danach mal eine Linie, äh, eine Linie mit einer 8 vorne fahren? Da spricht, ja, ja, die Ansagen. Ich muss mal gucken, ähm, wir machen gleich einfach, wir machen gleich einfach eine Abstimmung. Welche Linie wir als nächstes fahren und dann, äh, gucken wir, was wir fahren, weil, äh, alle wollen jetzt alles, dass ich alles fahre und dann lassen wir lieber die breite Masse entscheiden. So. So. Wie viel Bock hast du? Also momentan habe ich noch viel. Das kann sich bei Omsi aber in Sekundentakt ändern. So, äh, mhm. Warte mal hier. Wallendowits. Alter, ist alles hier am Arsch der Welt, oder? Man möge die Fresse halten. So. Hammert jetzt. Musste eigentlich alles zugehen. Yay. Hey. Hey, Zwerge, 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 ho. Okay. Äh, hast du in der, hast du in der Schule Latein oder Französisch? Ich hatte Latein und ich kann keinen Funken mehr davon. Nicht einen. Und, was Du, hast du in der Schule paradig固iert angel sagen, weiter, ja. Ich habe Spaß gemacht. Ja. Komm auch. Ich hammene Müller. Untertitelung des Zwerge, ja auch. Manyo- temasesin. Ja. ijnlshow-moiwäig. Vielen Dank.